Hi, ich bin die Maike und ich bin Verwaltungsleiterin bei Asklepios und ich arbeite in der Praxis Aromet und wir sind eine Praxis für Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Meine Aufgaben sind die Terminierung von Patienten, die Koordination von Rezeptionspersonal, die Koordination von Therapeuten und ich greife auch das ein oder andere Mal unserer Praxisleitung unter die Arme. Asklepios gefällt mir besonders gut, das Team an sich. Also wir sind eigentlich alle wie eine große Familie. Man hat nie das Gefühl, dass man mit seinen Problemen alleingelassen wird. Die Geschäftsebene hat immer ein offenes Ohr. Man kann mit den Problemen, die man hat, immer zu ihnen kommen und ich glaube, das ist relativ einzigartig bei Asklepios. Solltest du bei Asklepios arbeiten wollen, solltest du auf jeden Fall Lust haben, in einem jungen Team arbeiten zu wollen. Du solltest Freude daran haben, mit unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten und du solltest vor allem Spaß an deiner Arbeit mitbringen.